Die App zum Programmieren des XperiBot basiert auf der Programmiersprache Blockly. Hier könnt ihr ganz einfach durch Auswahl von Blöcken aus den Kategorien euer Programm im Programmbereich zusammenstellen. Bevor es aber losgeht, muss ich den XperiBot erst mit dem Tablet verbinden. Dazu schalte ich ihn ein und wähle den Verbindenschalter in der App. Dann muss ich den XperiBot nah an das Tablet halten, damit er sich verbinden kann. Hier findet ihr verschiedene Kategorien, in denen Blöcke zur Motorsteuerung oder zum Abfragen von Sensoren vorhanden sind, die der XperiBot hat. Weiter unten findet ihr Blöcke, mit denen ihr allgemeine Programmstrukturen umsetzen könnt, zum Beispiel eine Verzweigung oder Schleifen. Logik, Vergleiche, Berechnungen, ihr könnt Variablen erstellen und sogar neue Funktionen definieren. Wenn ihr der Meinung seid, das ist noch etwas viel für eure Schülerinnen und Schüler, dann könnt ihr die Auswahl der Blöcke einschränken, indem ihr eine niedrigere Lernstufe wählt. Dann finden sich hier weniger Blöcke. Ich erstelle jetzt ein kurzes Programm, indem ich die Blöcke aus der Auswahl in den Programmbereich ziehe. Danach kann ich Einstellungen an den Blöcken vornehmen, indem ich zum Beispiel aus einer Rechts eine Linksdrehung mache. Jetzt muss ich nur noch den Startknopf drücken, dann führt der XperiBot das Programm aus.